Moin, moin meine aktiven Spritzer und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gut, äh, Spaß beiseite. Wir wollten vorab kurz erwähnt haben, dass die in diesem Video gezeigten Aktionen nicht von uns geplant oder beabsichtigt waren. Dies sollte eigentlich eine ganz normale Fortnite-Runde werden. Da viele andere YouTuber auch diese Videos aktiv produzieren, wollten wir einfach nur gesagt haben, dass wir uns nicht an deren Ideen oder deren Erfolg bereichern wollten, sondern dies einfach eine ganz spontane, zufällige Aktion gewesen ist. Und trotzdessen werde ich in der Videobeschreibung mal ein paar Kanäle verlinken, die auch solche Videos produzieren. Einfach mal, um vielleicht den einen oder anderen Fortnite-Schwitzer zu zeigen, dass in Fortnite nicht nur auf den Kill oder auf den Sieg geschwitzt werden sollte, sondern man auch anderweitig Spaß haben kann. Das könnte man zwar jetzt auch falsch aufnehmen, aber drauf geschissen. Viel Spaß beim Video. Wieso habt ihr eigentlich keine Schule? Weil wir es können. Weil wir bei unserem *** am Schwanz genuckelt haben. Warum glaubst du euch das? Und ich hab die *** in den Mund genommen. Da war mein Mund gefüllt, Junge, Junge. Junge, Junge. Und er *** die Nase in den Arsch geschwitzt. Trotzdem hab ich die *** abgeschleckt. Ja, ich hab jetzt drei München frei. Hahaha, ich hab jetzt drei München frei. Hey, Leute. Haha, lol, weißt du, so ein Double-Pump-Byer-Club war das, glaube ich, ein Bug? Nee, ich singe Gegner. Echt jetzt? Ja, Mann. Ist gut. Hier, ich hab einen Freund gefunden. Haben wir den zwei? Einer genockt, beide genockt. Wow, what the fuck? Jetzt sind ich hier, ich hab einen Freund. Guck mal hier, einen Freund. Robin, töte den net, töte hier den net, hier den net, bitte, 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 bitte. Das ist unser... Hahaha, lol. Loll. Ey, sollen wir den Test der Tests machen? Hier. Hier ist ein Ehrenmann. Oh, cool, wir haben einen Freund. Ey, wie cool, ey, ey, wenn wir den Sieg holen. Also, wenn wir mit dem im Finale sind. Ey, Leute, Leute, Absprechung direkt von Anfang an. Wenn wir mit dem im Finale sind, lassen wir den gewinnen. Egal, ob der 100.000 Sieger hat oder nicht, okay? Okay, ja. Ja. Weißt du, Robin hat ihm seine Mates getötet, aber egal, egal. Ey, richtiger Ehrenmann, ey. Wenn der uns nicht holt, richtiger Ehrenmann. Hier, Lagerfeuer, falls du brauchst. Ey, ey. Wie, ey, guckt. Ciao. Richtig Ehrenmann. Hallo. Oh, wie cool, ey. Yeah. Wir müssen ihm Namen geben. Ja, Sniper. Felix. Es ist ein Frau. Traumfremd. Sag mal. Sag mal. Das ist Dagmar. Hier, Dagmar. Hier, 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 nimm. Dagmar ist das jetzt. Dagmar, Dagmar, da. Dagmar. Dagmar trinkt. Oh, zwei direkt. Fullschild, Junge. Also, ne, genau, warte, her, hier. Scheiße auf mein Fullschild. Hier sind Gegner, hier sind Gegner, hier sind Gegner. Da unten ist er hinterm Zaun. Oder warte, warte, vielleicht ist das, vielleicht ist der Maid. Vielleicht ist das der Maid. Ist das der Maid? Das ist der Maid. Ne, hä? Ist er ihm sein Team, ey? Ich weiß es nicht. Na, wer weiß, ne, er zieht doch auch auf den. Aber wir können vielleicht, wenn er ja genockt ist, dann lasst ihn mal kurz, vielleicht geht er ja hin und lebt ihn wieder. Ah, ah, okay. Fasten? Maid, maid. Wie ist ein Maid? Ist ein Maid? Lebt er den wieder, oder was? Lebt er den wieder? Lebt er den wieder? Ne, aber die... Lol! Wie cool! Lol! Jürgen, was geht dir vor? Oh, cool! Oh, Leute, die Zone, 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 Zone! Die kommt ja auch gar nicht. Ja, aber trotzdem, wir müssen da hin. Ich hab'n Jumppad. Leute, ich hab'n Jumppad. Ja, bau hoch. Weil ich bleib' nur unten, falls sie... Falls sie ein 30er machen. Obwohl, bau nicht so hoch. Obwohl, die kommen alle mit hoch. Ja, trotzdem, so. Huiiii! Oh, hey, wie cool ist das denn? Ja. Was sind die anderen? Hinter uns, hinter dir. Die sind nur hinter mir. Hey, wie... Lol, vor allem so richtig, ohne darauf zu tryharden. Ich muss auch mal... Vor allem in Chifty drin noch, ne? Oh, da sind Gegner. Da oben irgendwo. Äh, da oben auch auf O, genau. Einer ist weiß. Ah, das ist unser Mann. Hä? Hallo, mate? Mate? Ja, der kann sich ja nicht hochholen. Ey, Leute, du bist hier. Sind die anderen alle tot, oder was? Einer hier, der Taxifahrer lebt noch. Oh mein Gott, hinter uns. Bau, 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 bau. Nein, 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 verdammt. Das hat sich gebauen. Nein, ich hol dich, ich hol dich hoch. Nein. Nein. Wenn ich jetzt noch den Sieg holen, Alter. Wow. Ich war richtig am Strugglen, gerade in dem Fight. Wen ich anschiesse und wen nicht. Lol, das war halt gerade mal lustig wie sonst. Vor allem, Alter, wie wahrscheinlich ist denn das? Stell dir mal vor, wir holen jetzt hier den Sieg. Das wäre echt cool. Das war ein bisschen knappisch. Wie machen wir das jetzt? Oh mein Gott. Die sind unter uns, die kommen hier hoch. Die sind unter uns, die sind unter uns. Also da ist die Dapper. Die sind auch heraufhin hinterher. Das sind doch welche. Links. Ohne da. Bum. Nice. Einer ist mit Glampe abgefasst oder so, da unten ist es so, da, 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 da. Ihr seid nur noch eins, zwei gegen eins, zwei gegen eins. Was das ist clever. Der muss ja noch eins... Danke, Pfeifer. Mitre afternoon und L Kilo gehts um es vorher nicht 인 36. HAHAHAHA Das war ja... Haben die das gehört? Das war so lauuut HAHAHAHA Oh war das lauuut Schau mal Jungs Ja man Alter wie geil war das denn? Wie geil war das denn? Die 10 zu slipe ich möchte sie fucking nochmal wieder haben Die ist viel zu op Ich will die Vico MC Alter Nice Ja Ja Bruder meine Eltern reißen Oh nein Ein negatives hat das ganze Was denn? Ja Lukas hat den Leiter jetzt auch Ich glaub ich hatte den schon vorher Ich bin sicher Alter Oh wie geil Nice Mit ner Long Story und dann den Sieg ey LOL Du da D&D 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 Vielen Dank.